Uns Menschen werden bestimmte Eigenschaften mit in die Wiege gelegt. Neugier, den Ehrgeiz zu lernen, dabei immer besser zu werden und die Welt um uns herum zu gestalten. Es sind diese angeborenen Fähigkeiten, die uns motivieren, jeden Tag die Grenzen des Machbaren ein weiteres Stück zu verschieben und neue Möglichkeiten zu entdecken. Auch unseren Maschinen geben wir bestimmte Eigenschaften mit. Produktivität, Stabilität, Präzision. Aber auch sie können sich entwickeln. Unsere Maschinen wachsen mit unseren Kunden, können an neue Technologien und größere Herausforderungen angepasst werden. Und das ein Leben lang. Wir bei Heller nennen das Lifetime Productivity. Wir entwickeln mit unseren Kunden nicht irgendeine Lösung, sondern die eleganteste, effizienteste, ohne dabei die Herausforderungen von morgen aus den Augen zu verlieren. Und wir eröffnen damit unseren Kunden oft neue Horizonte. Alles beginnt mit der Auswahl der richtigen Anlage aus einer breiten Palette von Maschinen. Kompakte Horizontal- oder Fünfachsbearbeitungszentren bis hin zu leistungsstarken Fräs-Drehzentren der XXL-Klasse für die Komplettbearbeitung. Auch flexible Fertigungssysteme oder innovative Verfahren wie der preisgekrönte CBC-Prozess gehören zu unseren Kompetenzen. Dabei nutzen wir unsere ganze Erfahrung, die wir weltweit bei einer Vielzahl von unterschiedlichsten Projekten gesammelt haben. Unsere Kunden sagen, die Menschen bei Heller strahlen Ruhe aus. Vielleicht, weil wir nicht so schnell aufgeben, wenn die Aufgaben kompliziert werden. Vielleicht, weil wir uns selbst die höchsten Qualitätsstandards gesetzt haben, auf die wir uns verlassen können. Oder, weil wir uns auf ein globales Netzwerk von Spezialisten mit fast unbegrenztem Know-how stützen. Und mit global meinen wir nicht nur international. Egal an welchem Punkt der Erde, können unsere Kunden auf das globale Qualitätsversprechen made by Heller bauen. Die besten Lösungen nützen wenig, wenn wir sie nicht optimal einsetzen. Mit dem Produktionsstart beim Kunden hat unsere Partnerschaft daher gerade erst begonnen. Individuelle Trainings versetzen Menschen in die Lage, das Potenzial unserer Produkte voll zu nutzen. Mit den Total Productive Services ist Ihre Maschine zu jeder Zeit in optimalem Zustand. Mögliche Probleme können schon erkannt und rund um die Uhr behoben werden, bevor sie überhaupt auftreten. Und sollte eine Maschine schon einige ihrer besten Jahre hinter sich haben, bieten wir mit Retrofit einen Service an, der das bewährte Stück noch einmal auf den allerneuesten Stand bringt. Produktivität ein Leben lang. Das gilt nicht nur für unsere Produkte. Auch viele unserer Mitarbeiter sind ein Leben lang dabei. Mit Ihrem jahrzehntelangen Erfahrungsschatz und Ihrer Kreativität arbeiten Sie, um Ihnen die besten Werkzeuge in die Hand zu geben. Hella Lifetime Productivity 4. Lacken In Im abandonıs В Voice der